lol musst du dann für deine quest auch alles bauen was ich noch mal was ich baue ach du scheiße bei mir war das parallel diese dinge baue ich nur um die um diese scheiß dings dazu erhöhen das level von dem hall verwaltungsgebäude bums so nächstes level zack boll kochtoch bei weizenfeld baumühle okay das brauche ich noch ein bett weil ich jetzt gleich noch ein dahintun kann wetter sind so als ob ich beim beim arno so weizenfelder anlegen würde so nebeneinander ja da kommt nichts in gelbe im bett wollte ich hab sie bock drauf und dann macht mal so ein können wir noch mal hoch wo ich muss den kill kalimari fest ans gleiter mal er samen sammeln aber mehr für den kino man ist floppy der macht ihr macht irgendwie auch so dass das macht auch irgendwie alles okay passt ich muss ja mal diesen level 10 er schnappen hier oder schweißding hat ein hp und will nicht im ball bleiben heftig ne je lower desto besser die schauen zur scheiße bleibst du da wo geht denn der kann auch sehen ok ok die sind ja das sind wie die drohnen bei faktorio die viecher die 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 schleppen die haben die arme so komisch unten fliegen und schleppen alles hin und her da kommen und da kommen die dritten von der coole arbeiter dieser killer maria macht er holt alles irgendwo hin ich habe gar nicht so viele schüsse verbraucht werden wir auch immer noch 105 hey nice aber wie war das ist der weiter progress hoch top ist easy total durchgespielt ja ja klar geht gut ne zu kann ich denn da machen zum gilt meisterin und ausschließen ok gut gesundheit jetzt kann es wieder kurz ab und genieß jetzt genießt jetzt ja das ist wunderschön also würdest du sagen dass bleibes schienen von der scheiße jetzt oder was haben wir haben doch recht gehabt man also die medien doch recht gehabt das telegramm hat hat doch also an die telegramm hat ja gibt es gar nicht scheiße werden gesagt es gibt so überhaupt ich verstehe ich irgendwelche andere verschwören halt wand fackel es gibt jede jeden bogen und die ganze scheiß gibt es auch immer mit feuer und so auch die die armbrust eine anlage um aus weizenmehl zu malen um das wasserrad zu drehen würde ich mal ein pall aufsichtskanzel von hier aus kannst du falls im lage aufgaben zu weisen ok das sieht aus wie so ein pult wo du hochsteigst oder richter noch ein level dann geht das ok wir haben das spiel durchgeschafft ein level kann man kann man aufhören ein sattel für den nightwing überfliegen ich muss leveln oh mein gott er hat bestimmt irgendwelche begrenzung mit ausdauer oder irgendwas aber ist schon mal krass es gibt einen gegner level 23 king pucker auf der level 23 das machen wir das 38 das ist neben uns voll krass dachte ich gehe mal zum nächsten speicherung ach so da wo du bist gehst du da weiter oder kommt zurück ich komme nach hause dann gehe ich hier hin dann gehe ich zum turm und fliege runter warner sind also ich brauche ein sattel möchte 234 meter dahin verlassene kirche möchte ich das scheint so laber zu sein das ist so das red tight ist es man es hat mir keiner gesagt dass es hier red tight gibt ist gefährlich kennst du red tight kekse oder was denn so mit red tight hast du nicht gesehen 7 in the wilds ne man ja gut dann red tight ist einfach so eine art so eine giftige alge die dann wenn sie dann im wasser da ist vor beim strand ist dann alles vergiftet links darauf die tiere und alles kannst du dich auch vergiftet kann man sich noch mal gönnen ja alge 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 ja im was nicht oh mein gott ist gestorben vom turm runter gesprungen und leider ins wasser und dann tickt es noch runter weil es kalt ist heilung bräuchten wir heilscheiße kann man bei bei brest auf so weit auch so hoch fliegt auch steigen berge ja 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 kannst du klettern an ende ich hab dir mal zugeschaut wie jemand spielt was er in den dorf kommt da gab es eineinhalb stunden lang nur text und gelesen musste ich abschalten ich konnte das nicht ich konnte das nicht ohne 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 weiß nur lesen nichts nichts also gar keine ahnung als ein spiel von 1985 eingeschaltet war mir zu bild es gibt hier noch eine burg dann sind die level drei vier hallo ich stolz habe mir zuerst wieder mit der 15 hier und andere mit der beziehen was von hier war was worden was schießt denn der richtige tinte verlass den kirche bin da leute schaut aus wie bei eltern so eine kirche voll kaputt schon rechts genauso aus witzig wenn ich hier speichern also da ist der punkt hier habe ich das kannst du nicht vorstellen wie der eingang hier ausschaut was zum fisch das hier habe ich das screen das ist schon so eltern ring oder ja die heftig was sind das hier notiz eines schiffbrüchigen tag acht irgend von der ai vorlesen lassen da gibt es eine goldene kiste und eine saat gleich mal die heilteinige erhöhen alle goldmünze megasphäre und hier live monk statuett statuett was hat er eigene fertigkeiten verbessern und palz verstärken das ist so ein teil was wir zu hause haben so eine so eine statue ich habe da noch gar nichts verbessert keine ahnung ich kann halt meine fähigkeiten verbessern fanggeschick habe ich einmal gemacht aber mir fehlt noch ein punkt für das zweite ich habe irgendwie gar keine zu hause hatte ich noch irgendwelche seelen zum verbessern hier nicht ach so vielleicht waren sie nicht im ancient ok bin ich bin ich kirche aber keine neuen dinger bis jetzt gesehen die alten nur ok ok fand sie gar nicht eine pause da ist halt hier ist alles leer macht ihr wieder eine juta pause oder was ja nächste turm ist hier in die richtung neben dem boss oder leider mit dem anderen typen nicht zu gleiten karachi ok ich sehe keine neue hier ist kaum was los vielleicht bin ich in so einer gegend die noch nicht fertig ist aber aus Versehen Pikachu getötet aber aus Versehen Pikachu getötet oh fuck ja solange es nicht candy ist passt ja ja ok Pikachu auch getötet nochmal getötet dann wenn er nicht einzigartig ist das ist ja eh egal wer ist denn das spiel eigentlich gar keine ahnung wie die firma ist oder so PAL kannst du nochmal PAL Studios Goldmünzen Pfeil und kleine Seele oh hier ist was neues ja hier ist ein hier ist ein Boss 2300 Leben King Pucker Level 23 ihre Flauschigkeit es ist auch so es hat doch so ein ich reg mich über solchen Humor auf aber das ist nicht dumm das ist so ein bisschen kann man schmunzeln also es gibt so Humor wo ich halt ganz doof finde aber das ist richtig gut gemacht ihre Flauschigkeit kann man machen weil er glaube ich aus komplett Puschl besteht oder was weiß ich Mel Packers gibt es hier oh nein es wird dunkel fuck ich wollte doch hier wenn ich beim Boss Raum hole kommt der Boss auch mit weil was sind die denn das sind Blitzdinger Level 4 Blitzdings hat der ey nicht weglaufen wenn ich einen Schuss mache stirbst du bist du auch da ja ich bin mit deiner Richtung unterwegs gewesen achso ja ich bin hier beim Boss ideal und wollte so Pokémons äh Dinger äh äh Pals finden die Blitzteile haben aber die sind mir weggelaufen ich wollte nicht drauf schießen die haben so ein Level 4 ja ja sowas habe ich auch erschossen ach das dachte man es mit Pikachu diese Blitzdinger ja verstehe ich ich bin Banditenlager hier großes Tratschtante LOL Level 2 Tratschtante okay das sind dann vielleicht NPCs ähm Nette man findet ja auch so Nette unterwegs die mit denen man quatschen kann die geben dir was hast du schon welche gefunden? ne ja einen halt ja den beim Lagerfeuer da wo man ja ja oh hier kann man auch speichern der Boss pennt cool die pennt alle Pikachu Sparkit ok habe ich nein habe ich was ist denn? 69% hier noch einmal hau stirbt der muss ich wohl ja fuck tot ich muss unbedingt verbessern dass ich äh dass die Chance höre ist von ja hi bin da hallo ich hallo wir können hier noch einen Safe Punkt uns holen wenn du willst hier unten ja lass mal machen yo ey Digga ne ich hab die falsche oh mein gott die falsche Waffe ich wollte diesen kack hier haben du wick aah hier ist so ein Dorf noch hinten ist so noch so ein Safe Teil 93 Meter gerade aus so leuchtet rot rot sieht man orange hier verlässt oh das ist Milizier oh gott habe ich Level 30 hab ich dann Level 30 hab ich dann Level 30 okay dann doch nicht den Portpunkt kann man schon noch holen glaube ich oh ne das ist genau im Camp Uff das campt du auch oder? da ist ein Level 30er Boss da sehe ich oh die sind Freunde oh wie süß wir würden uns gerne was böses wir sind alle chillig und haben uns gerne fahre trotzdem schnell speichern ha hallo ach die quatschen da gar mit uns geil cool schauen wir mal was die Chefin will hier oder? achso mal kurz mit der Gasse mach mal mit eben was ist er? hey Trainer ist mittlerweile kaum noch jemand der hier was jemand hier aber bevor das Reins in die Karte aufgetaucht es lebten viele mehr Leute hier es reicht mir hier kaum noch zu leben wenn du mal Hilfe brauchst sag mir Bescheid gegen Bezahlung mache ich alles oh Level 30 gegen Bezahlung was verlangt ihr denn? hey Trainer ja aber ich hab nix ok gleicher Text was sagt die Chefin hier? die Gastwirtin? hat die Bock? Drahtstrande die Gastwirtin sagt wir können hier pennen der sagt von wegen in der Höhle gibt es Stuff zum Looten im Dungeon mhm sehe ich ja und hier haben wir noch einen fahrenden Händler ich soll ihm Bescheid sagen wenn ich zur Höhle gehe Harald Bauernhut Hexenhut Melona was auch immer ein Doktorhut ist Pankinghut Gummoshut Medizin Medizin Bärensamen Milch ist was zum Direktheilen da? ach der war bei mir auch vorhin das ist der Typ ja der hat schwache Medizin dabei aber ich glaub die ist nicht zum heilen wir lassen sich nicht damit herstellen schau der letzte Text immer lassen sich nicht lassen sich nicht ja ja genau das ist bei allen bis jetzt stand wie mir die ich bis jetzt hatte Hasenohr das sind so Gimmicks oder was so Skins aber Melone Melone ist gut 500 ich hab 1800 du kannst doch verkaufen ich hab jetzt nichts zu verkaufen dabei ja ich hab diese eine Drachenperle dabei ja ich hab diese eine Drachenperle dabei achso ich hab das alles ausgeladen ich hab Elektro Drüse dabei kaufen irgendwas wichtiges Knochen, Horn, Elektro Drüse 200, Giftdrüse äh Hut was ist denn ein Panking ist denn diese Pinguiner da? stimmt da Hüte das ist alles nur so Skin so Trolldinger außer der Melonenbauplan dann nehmen wir den Melonenbauplan mit, wa? kommst du? soll ich? ja ja hab schon Guss muss Hut falls wäre Pfeil Medizin starke Medizin 3000 damit lassen sich ja auch nicht also die Sachen kann ich alle herstellen zu Hause aber der starke Medizin die bei Leiden wie erschöpft und depressiv hilft Ausdauer braucht oder so einen Scheiß bestimmt ich hab jetzt mal nichts geholt keine Ahnung mein Scheiß ist wieder wieder hungern ich warte ich muss die Bären da unten rein ziehen sind nur noch 3 kann ich nur ok ja gibt es einen entspannten Weg Ahnung dass man wieder zurück kann bei Tod Level 10 jetzt hier aber der ist 23 Euro unsere müssen tanken wir brauchen das Mammu zum tanken erstmal gibst du halt noch so einen grünen Knobbel ja ist das nicht so unsere größere Sphäre naja dann ist sogar da drüben nochmal hast du nicht geholt oder was oder ist das zweimal zweimal oha geil das ist eine Liftmunk Statue ok ok ich dachte das wäre so grüner Knobbel wir laufen halt hier irgendwie wild du bist da dann ok was mir jetzt noch fehlt das Auto laufen das hatte ich jetzt in der sie und den no one survived Luxus ja fühle ich Joll das mit dem Hochkraxern ist das schon Wahnsinn da haben schon die Tiere bei ARK Probleme gehabt mit dem Verwackten oft mit dem Clipping ja sagt sie bei mir an ja mit den Rock Rags war halt geil ja ja aber Ultra klebst du da so äh Kopf über Schwein greif mich an soll das piss dich oh weg ist es ich habe einen draußen ja aber ich habe nicht den ganz kleinen draußen ok Ding ist wenn wir jetzt sterben kommen wir haben wir keinen Gleiter aber den kann man es ja machen ja eben was ist denn ein Wichsi hier ich habe ja keinen Bogen mehr ich kann die Stärke nicht bestimmen wenn ich schieße auf jemand ich müsste mir beides mitnehmen ich müsste mir noch einen Bogen bauen so normalen oder so ok Leben 2259 ich mache bei normalen Mobs 800 Schaden aber nicht beim Boss ja so ja kurz mit klopfen mit ihm die Pacho will nicht man wie bin ich 66 und befreit sich ne 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 84 wieder befreit der ist auf 10% oder so 66 85 90 100 ok ich habe schon ich habe schon drei von den Leuten steht da was mit den blamers gäbe ich mal kopfschuss etwas wo warte der es gerade verrückt rechts irgendwas blaues geht denn der war genommen wird wenn licht mit einer spektralen verteilt bei der wellenlängen im intervall und 490 nanometer dominieren halex hat mir irgendwas erzählt was ich irgendwas habe ich gefragt keine ahnung was mit dem ja na klar wo geht eigentlich ich treffte nicht so wenn er so blöd läuft ein schaden gz 1 ja ich habe gar keinen gemacht du bist eigentlich gut mit dem 1 du machst was habe ich jetzt auch nur eingemacht oder was 6 34 12 der sput gute andere ja was ist das hätte so waren wir die porten sich öfters schlossen bostel aus der bv hätte mein schildes weg ok da hat er mit ihr auf dem boss geworfen oder was weg es war ja noch da niemand das tut mein nachladen ist blöd wenn ich hier die taste 1 3 ist echt schwierig was ist denn da hinter uns nichts oder dann ist der nächste schon weg mir auch gleich und irgendwie bewegen bleiben wenn ich kriege ich kann nicht schießen wirklich er tut er immer sich bewegen so komisch der packte immer aber das ist ja genau das sind diese dorn richtig gesprochen ich mache auch in einer anderen mitsch wieso schießt denn diese scheiß ich habe nur noch einen fuchs oder man das auch dort einen habe ich noch jetzt über mir fett hier ich habe keinen mehr ich war mein erst noch der letzte grad schüsse habe ich aber ich kann aber nicht das scheren glaube ich ja nachladen ja und ich treff halt nicht dann ist auch dort wollen wir gehen höh dodgen oder also ich kann nicht mehr schießen und ich treff nicht meine es ist so verrückt bei dem erlebe ich nach meiner mehr habe ich noch 13 hp sieben scheiße nachladen schwierig ich komme zwischen diesen dingern ich kann ja mal nach man sich und jetzt geht es erst nach wo wo ich treffe nicht jetzt springen da glaube ich ok jetzt nachleihen schon nervig so wurde getroffen aber nicht stark schüsse liegen bei mir 40 stück oder so hinter mir irgendwo ich versuche aggro zu kriegen aber 124 war was hallo stopp hey bist du da jetzt oder was ja ja wir müssen pocketball mal hin tun vielleicht du bleibst du bist du beschädigt ich komme doch nicht hoch ok er ist wieder er kommt wieder drei schaden pocketball ist liegt vier prozent wahrscheinlichkeit nein nicht klappen noch ein pokémon ist er kurz abgelenkt vier prozent geht hoch auf 26 nächstes fort wir müssen dann wieder richtig runter polen haben mehr platz im deutschen 4 prozent geblieben nicht nachgeladen wenn ich getroffen oh ja 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 nur das schild weg vier prozent war schon mal höher was das was soll das ist ob dein pokémon gewesen hast du einen stärken pokémon 27 99 100 easy die kamera manchmal wild beim deutschen ich habe auch immer wieder ich habe das gefühl dass beim ranzu macht man irgendwie mehr schaden aber dass der zu viel war so verpackt mit dem treffen geilmann was main haben wir wieder irgendwelche punkte bekommen die wild sind auf jeden fall ist der haken da technologie punkte 5 ich glaube wie vorher ich schau mal was der kann der muss ja ganz weit unten sein und feuerfeuer das bei 89 ist es der umgeben sich gerne mit mel packer und verwetten sie bei duellen untereinander king packer ohne gefolge gelten als absolute loser ok alleine scheiße das ist krass kann als reitier genutzt werden wenn king packer im team ist trägt es dein gepäck was deine maximallast erhöht seite schon mal gehört den hätte nämlich mit der zusammen mit der so schleppen die scheiße das ist krass die mit als muli so müssen der nächste tun zu geben wir die treppe entlang so ist egal oder ich wollte mal schauen was hier geht es zum nächsten turm sogar hier lang so nie warte wo ist diese straße hier falsche seite hat aber trotzdem viele fähigkeiten ja ein bisschen links ich fand es aber es war so ein bisschen leg dieses und ich habe immer angefangen nachzuladen dann habe ich die deutschen hat das nicht vollendet das jedes mal sind wir zu lange gedauert dann habe ich nicht treffen können weil irgendwas anders war wie 92 prozent geht nicht so ein mega vorgegangen hätte glaube ich bei dem er geklappt ich habe noch vier ok schon vor die scheiße immer ausgegangen hätte ich noch so kommt irgendwelche melden von zu hause grün sich ein häuschen ist erschöpft ja leckt mich das sind nur alpacas oder hier tanzi noch ein tanzi wäre geil komm ich habe nur einen nah zu früh glaube ich 61 das sind halt schon laufen level her 81 82 fast das hier für welche ich habe ich gar nicht gesehen es sind sowas wie ein huhn vorsichtig macht ihn da hinten hier sind es so ja 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 bei mir der doppelschlag mit dem ding wieder was ist denn hier guck mal da ist so eine mine ist da wieder ein dungeon rüstung beschädigt hungrig moment mit der ruhe rüstung hungrig beschädigt ja das ist wild wenn die rüstung hunger hat wenn ich nicht hier unten ist auch noch so eine kiste verlassene mine apocke wollte hier wollen ähm tagebuch wieder wenn die kiste mit naja hier sind für erzentscheid vielleicht gibt es da erzzombies hier äh zombies äh ähm polz polz die erzzombies ich hoffe doch nicht jetzt haben wir halt ja bin da ein bisschen verseucht was zombies angeht oh was ist denn hier hier ist einer ein typ das netter die richtigen händler 40 hallo das ist also das also hier ich habe ein paar mal ein paar preis im angeburt helawade verbotene arten hier sie dich um okay oder bronto kaufen bronto kaufen kostet 30.000 ja brontosaurus leraxaurus ne alter wir können unsere viecher aus der box verkaufen wie oha die scheiß schafe oder nur unsere scheiß viecher sind alle nichts wert das 100 schafe 112 also schaue es haben wir für den kaufpreis kaufpreis 30.000 aber diesen komischen sweeper so ein habe ich ja schon wieso will er denn so teuer das ich habe sogar so speziell ich habe so spezielle schafes das hier ist wenn du auch verkauf hier ist es ein schaf mit sternchen siehst du das das wie du hast es doch auch auf der box ja wo du das kannst du mit sterbchen hä echt nicht das bei dir anders oder was ja ich sehe nur die die ich gefangen habe ach hast du deine eigene box ja ich sehe nur die die ich gefangen habe ja ja ich dachte wir sind ein team ach so ich habe so eine rare scharf da habe ich schon mal eins gesehen da bin ich gestorben dann aber leider ok ich sehe hat das wäre schon eine andere farbe ne das hat nur das heißt nur außergewöhnlich passive fähigkeiten farbe ist gleich ist nur größer es war nur zehnmal so groß wie die anderen so groß wie ich so größer hat halt die viel höhere werte und alles funken schuss die mit sternchen sind halt schein ist dann haben eine andere farbe ach so farbe ist jetzt hier im bild nicht so wie es vor mir stand war genauso ok ok schein ist ok verstehe schon mal gehört ja der kann halt funken schuss können die anderen halt nicht aber gut level 10 habe ich keinen anderen ach so ich verstehe ja gut ich weiß nicht ob ich es verkaufen soll ja ja so aber loop moon haben wir sowas schon ne gell ne ach so ich bin schon next level hier wir können nightwing sattel bauen warum sind wir noch hier hä und aufsichtskantel damit wir die steuern können die dinge und mühle und weizenfeld und ein neues schild nächstes level lobby halsband was für geräusche war guillotine oder was what the fuck oder wie heißt die dinge ja ja mal guck mal wenn wir hier den weg lang gehen dann landen wir aber wieder bei der verlassenen kirche gibt es nicht noch einen punkt wenn wir schon so weit sind so weißt du was ich meine oder ist hier ende gibt ja nichts mehr ne die karte ist schon noch ein bisschen ein bisschen lol ok die karte ist du such mal raus ja 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 ich weiß aber der schaden war geil 1 1 1 von mir war es so je nach treffe 8 oder 15 da sind banditen aber level 3 sind denn stahlschlüssel blutet dein schlüssel ja ok sind äh ich krieg ja bei diesen äh anderen goldmünzen das sind verschiedene währungen oder die wir haben glaube achso ne wenn ich unten rechts schaue wenn du schaust ist g 1.930 ist eine neue währung ok ja noch ein bisschen ausdauer gepusht ist das die richtige richtung hier ich bin da nur hin wegen den banditen bin gespannt was hier alles so respawn oder so in der zeit ich glaube ich weiß ist hier richtig du bist keine ahnung die pfeile sind denn nicht in echtzeit auf der karte nee das ist verkehrt und wir gehen zurück jetzt gehen wir hier wieder zum boss äh andersrum fs mikrofon tut alles da abschneiden lalala luna aber warum so low mobs hier ja weil die anderen ich glaube die ganze insel hier ist so schätze ich mal und die anderen inseln ja wir können hier anfang sehen sollen genau wir können ja sogar dahin fort auf der anderen insel oder kann das sein dann bin ich die kübel weil du kannst zumindest das bauen habe ich gesehen ich sterbe auf den anderen inseln ja dann kann ich auf jeden fall ja sagt ihr auch hier musst du da hoch oder was nee ich bin hier weiter so am Rand ok das sind diese wölfe haben wir da schon von haben wir da schon einen ne geil dann holen wir es hier rechts gibt es auch welche er hätte sich an der wand fest ja lol du hältst dich an der wand fest wenn du vom segeln kommst krass ja krass das ist stark wer level sind die denn 7 scheiße man ich töte die nur mit einem schuss ich schau mal die anderen hier noch 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 habe ich noch mal wieder 1 habe ich 6 ok ich sammle fleißig ein wolf gefangen und die kommen an die 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 banditen greifen die an die wichser ich rette euch und 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 du haust auf mich und was ich schieß auf die banditen diese scheiß wölfe schießt mich an ok aber ich muss box hauen hier dann nehmen wir noch den anderen oder so stopp 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 oh mein gott 47 73 73 habe ich da sind noch welche da sind vorball easy gefallen ja bei mir auch für das tree level 9 erhält glaube ich keinen schuss aus ich muss boxen ich hau einfach zu mit dem basebeschläger gebe sind hinter ihnen dann geht das schon hier sind auch noch irgendwelche banditen ich kann sie nach vorne porten die können sie nach vorne porten wie der voll von also habe ich ja zumindest gesehen oder was zum pokémon hier ist ein speicherpunkt wie der wolf von adenwald so nach vorne blinzen glaube ich digga was mit dir ich habe mit dem mit dem ein ding in die fresse ich bin so nah kämpfer jetzt geworden hier weißt du hier in die fresse hier dodgen dodgen von hinten in die fresse ja voll ich will den anderen lasst mein braun ruhe keine ausdauer mehr oder geht 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 ich sehe das gibt es männliche und weibliche könnt ihr auch rammeln ist das ist das so ein ding bei pokémon ich habe nicht mehr schlanken ausdauern wollen jetzt erst ja du kannst beim pokémon auch züchten ok das ist geil ich habe gehört bei pokémon go kannst du auch jetzt was schicken und dann haben die jedes mal neue random fähigkeiten dann wird immer hin und her getauscht bis du gute fähigkeiten hast tanze level 3 jetzt sehr low aber hier ist aber ein neuer fortpunkt genau genau da wollte ich hin ja ja genau hallo ich lauf doch hinter dir her was ist denn ich was ist denn mit dir an die du bist tot hallo aber der freund will halber schlag jetzt geht er nicht mehr du was ist denn mit ihnen aber cool zumindest die ports haben also die tele die checkpoints wenn mich steht über oben recht speichern halber singleplayer wo sich die leute beschwert haben was ich nicht verstanden aber scheinbar ist bei vollheim auch so dass der speicherstand nur auf dem char ist und auf dem server warum soll es denn nicht so sein wenn also wenn du im singleplayer spielst im koop mit deinen vier freunden auf den server joint ja natürlich ja hier sind so 20 und 18 yo wie du meine arm bloß sagst du ich habe aber noch wie viel ich habe noch wie viele bälle hast du denn ich habe noch 8 und du ja ok passt so ich schieße mal auf den 20er rechts und schau mal ob ich lebe 46 schaden lollo hier ist ja gar nichts nachladen oh kann ich na bis jetzt schon 1 prozent oh ich bin fast tot 71 leben 7 prozent ich bin ach ich lieg achso vorsicht 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 1 schuss ist ist tot fang dir am besten wenn du kannst egal 3 sekunden ich kann auch spawnen ich bin direkt hier ok ok lol beide gestorben niederlage ok hat doch boss besiegen war random ob stellen wir äh wir können achso wir müssen dahin rein wir müssen zu hause spawnen ok ok ja das ist das doofe mit dem dodge ich kann halt nicht nachladen bei den 2 und 2 gleichzeitig schießt das halt wild ne boss ist halt einer immerhin schon bosse hätten ads oder so einen kack oh es ist kalt 2 3 2 ARD Text im Auftrag des WDR